Ich hab das gesehen und dachte, na komm, das bringst du mir. Leute, herzlich willkommen zum Vorweihnachtsabend, 23. Dezember. Aber ihr seht das Video an Heiligabend und deswegen sage ich fröhliche Weihnachten, Bitches. Ich erzähle euch natürlich wieder von meinem Tag, was abging, was ich gemacht habe und das und jenes. Ich habe heute mich scheinbar so gut auf Arbeit angestellt, dass mein Chef zur Mittagszeit gesagt hat, hey, magst du lieber Italienisch oder Chinesisch? Und ich so, mag ich beides, also ich habe jetzt keinen so Favoriten direkt. Und ja, dann habe ich gefragt, ja warum fragst du? Und dann hat er gemeint, ja, weißt du was, ich lade dich zum Essen ein. Und ich so, okay. Weil ich hatte nämlich, ich war glaube ich bis 12 ungefähr allein und dann kam er und dann hatte ich schon einen Tarif, einen Neuvertrag und der hat ihm so gut gefallen, dass ich den gemacht habe. Weil das ist so ein ziemlich guter Tarif, ne? Dann hat er gesagt, sauber, sauber, Junge, sauber, so muss es laufen, so muss es laufen. Ja, und dann hat er mich zum Essen eingeladen und dann sind wir zum Chinesen gegangen, weil er wollte erst zum Italiener. Der hatte dann aber zu und dann gab es halt Chinesisch, Asiatisch. Ja, und da war ich schon ein bisschen glücklich so, dass mein Chef so zufrieden mit mir ist. Und, dass er mir so ein Vertrauen entgegenbringt und mich am fünften Tag schon so komplett allein lässt, mal einen halben Tag, fast. Ja, war cool. Gut, jetzt gleich kommen noch Chiara und Dani vorbei. Ritwan zockt übrigens gerade im Hintergrund CSGO. Da hört er ihn. Ja, wie gesagt, Chiara und Dani kommen jetzt gleich noch vorbei. Vielleicht mache ich dann noch im Anschluss eine Aufnahme. Die zwei sind da, Dani kam so acht Stunden später. Nein, zwei. Gefühlt acht Stunden, keiner weiß, wer der Micha ist, aber... Mein Onkel. Hau da einfach raus, Sehenfoyok, den nicht. Internet, ach, da verbreitet sich doch nichts. Ne, so, Chiara hat mir übrigens was mitgebracht zu Weihnachten und wir haben aktuell nach 0 Uhr, deswegen darf ich es jetzt schon auspacken. Ich habe eigentlich gemeint, ich packe es erst heute Abend aus, aber sie hat gesagt... Nein, du musst nicht. Das heißt Heiligabend. Heiligabend, ich weiß. Ja, also du darfst ja schon morgen Abend. Du darfst auch gerne ohne Baum stellen, oder? Ne, du hast vorher fast geweint. Ja, genau. Ich sagst du ja, ich packe das dann an Heiligabend aus. Und ich so, echt jetzt? Ja, ich wusste nicht, dass du das ernst... Ich wusste nicht, dass du das ernst nehmen. Das ist deswegen echt jetzt? Ja, ich dachte, das wäre dir wichtig. Ja. Dass ich das erst abends auspache. Aber gut, dann... Einerseits ist es auch... Komm, jetzt machen wir auf hier, los. Guck mal doch mal rein, was haben wir denn da? Ich habe das gesehen und dachte, na komm, das bringt Schimmens. Alter, mega geil, Mann. Sag mal, die sind schon chillig. Ist das schon cool. Geh? Die sind ja mega geil. Ich weiß nicht, ob die Größe passt. Ja, es passt schon. Das ist jetzt, glaube ich, 41 bis 43. Ja, das ist schick. Ja, das ist das Schnellste von der Erde. Man, die sind mega cool, Alter. Richtig geil. Geil. Jetzt wird es kompliziert. Ja, genau. So, komm. Danke dir. Gerne. Da war noch so ein mega Star Wars Buch. Das hat gefühlte 20 Kilo gewohnt. Richtig geil. Alter, geiles Buch. Aber das war dann so mit Techniken und Fahrzeuge. Und dann dachte ich, ja, ich weiß auch nicht, ob du dir das jetzt wirklich durchlesen würdest. Keine Ahnung. Wisst ihr, ich bin so jemand, ich habe mir laut einem Kumpel fast das ganze Jedipedia durchgelesen. Ja, stimmt auch. Also wenn sie mir das Buch geschenkt hätte, ich hätte schon mega gefeiert, aber ich feiere auch die Socken mega. Richtig geil. Eigentlich müsste ich die so aufhängen. Dürfte ich gar nicht anziehen, Alter. Aber die sind ein bisschen staubig. Was ist denn da anders? Okay, das könnte von der Tüde sein. Das geht gar nicht. Nein, einmal mit Bruch. Jetzt reingeschissen, reingeschissen. Gut, Freunde. Ja, wir kommen jetzt wieder zum anderen Video-Ding da. Ich habe ja vorher schon aufgenommen. Ja, tschüss. Dann sage ich, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mit einer positiven Bewertung. Ich wünsche euch und euren Familien fröhliche Weihnachtsfeiertage. In dem Sinne, bis zum nächsten täglich, Tobra. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.